See you! Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Das ist hier mein erstes Video. Heute machen wir eine Lattenschiss Challenge mit den gelittenen X4X. Abonniert mich! Auf jeden Fall wird es urgeil, wir machen heute Lattenschissen bei ihm auf seinem Kanal. Bei meinem Kanal auch. Schaut es dann unten vorbei. Bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr wissen wollt, wie die Bestrafung endet. Das wird auf jeden Fall so geil. Und ich würde sagen, kommen wir zur Challenge, oder? Zu den Regeln. Ja, zu den Regeln zuerst. Erklärst du? Also jeder hat drei Schüsse. Wer von den drei Schüssen mehr die Latte getroffen hat, oder wenn beide keine Latte getroffen haben, dann machen wir einen Sadden Dev sozusagen. Also wer zuerst die Latte trifft, der kriegt dann die Bestrafung. Genau so ist es. Und wir wechseln uns immer wieder ab. Das heißt, einmal schießt er, dann komme ich, dann er, dann ich. Und insgesamt drei Versuche, und wer am meisten die Latte schießt, der hat gewonnen. Und danach kommen wir zur Bestrafung. Bleibt dran auf jeden Fall. Ich komme zum ersten Schuss, und somit beginnt die Challenge. Auf jeden Fall schön dranbleiben, meine Freunde. Und jetzt, ich hoffe, du verfehlst, Mann. Mit Ansage. Ah, keine Latte. Jetzt komme ich heute. Ronaldo. Aber der echte. Echte als ich. Von drei Schüssen auch, wer die meisten Latten hat. Genau. Schuss zwei, mein lieben Franz. Verfehle, Digga. Verfehle. Bleib ruhig. Das hat die Kamera nicht gehört. Was hat die Kamera? Na, warst du gekriegt? Woher? Zwei, zwei. Also du musst jetzt die treffen, oder? Die Challenge. Beide. Du Wixer. Du Wixer. Ja, ich werde das nicht sehen lassen. Okay. Okay, meine Freunde. Wir kommen jetzt zur Bestrafung. Bruder, er kriegt Eier am Kopf. Hier seht ihr den Verlierer. Jetzt sage ich euch. Die Bestrafung. Schatz. Eier am Kopf. Alle drei, weil ich beide Challenges gewonnen habe. Ja, ein Pluser. Die Bestrafung. Digga. Willst du noch was sagen? Die letzte Malte. Es ist eigentlich gespielt. Aber wie soll ich das machen, Bruder? Einfach draufklatschen. Einfach draufklatschen. Einfach draufklatschen. Einfach draufklatschen. Ja, Mann, ich trau mich nicht. Bist du auch? Geht's? Du hast es gemacht. Du hast es revealed. Nein, Mann! Det geht noch nicht, Accom. Du stellst mein Sales futur 유� Akitates. Lasst ein Video nach. Lass den Lektar! Auf jeden Fall, ich bin einfach nur rasch meine Freunde. Schaut nicht bei ihm vorbei. Dies gleich zu seinen Videos, diese Missgeburt. Deabonniert sie ihm, Alter. Und tschüss!